moin moin und herzlich willkommen zurück zum bandicoot sunday wie ihr sehen könnt habe ich eigentlich in hanging out das gold relikt bekommen ich habe knapp drei stunden benötigt nach einer stunde hatte ich es fast ich habe danach braucht ich auch pause nach einer stunde wie ihr sehen kann man braucht 1383 und 56 für platin auf jeden fall okay dass niemand braucht man brauchte für gold 1382 und ich habe eine millisekunde zu spät nach einer stunde zu spät gemacht und ich war so deprimiert ich brauchte erst mal pause also aber jetzt brauchen wir das level nie wieder sehen auf nach oben so sieben level warten noch auf uns einmal hier fünf und einmal wir haben ja auch noch einen spezialraum da wollen wir ja auch noch da gibt es auch noch zwei stückzellen und kommt aus dem beinem koddon lieutenant koddon von mir hier phew ich muss mich erst mal wieder daran gewöhnen schaffe ich das bis nach dort hin ich weiß es nicht eigentlich schon oder muss man ausprobieren die maske ist viel ja ist Oh, Drehgsvieh. Na komm. So. Oh Gott. Ja. Auf Wiedersehen. Na komm. Jawoll. Ja, als ob. Aber wir kommen immer Step by Step weiter. Ich habe nichts gesagt. Das gibt es doch nicht. Mal was probieren. Okay, da komme ich nicht lang. Okay, alles klar. Ich dachte ich kann auch so quer rüber springen. Aber leider nicht. Das gibt es doch nicht. Warten wir eben. Warten, 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 warten. Jetzt. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Oh oh. Hmm. Ich sag dazu nix mehr. Ops. Vielleicht sollte ich auch erstmal überhaupt ins Ziel kommen. Ich glaub das ist ganz praktisch. Komm her. So. Ops. 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 Zack. Juhu. Oh, wir brauchen die Maske. Zack. Zack. So. 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 Ah, kein Gold. Aber vielleicht Saphir, wenn wir Glück haben. Wie viel brauchen wir denn für Gold? Ich könnte mir vorstellen als 33, weil ich kann minimum 10 Sekunden gut machen. 1, 23... 20 Sekunden. Hm. Das heißt, ich muss doch am Anfang schnell losrennen. Verdammt. 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 Genau dieses Timing brauche ich nämlich. Hoch da, komm weiter, 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 ich hasse diese Viecher, auf Wiedersehen, ach, ich wollte rüberspringen, ich Idiot, das ist so ärgerlich. Da hat man dann nämlich ein perfektes Timing. Ich glaube, ich muss grätschen dann auch noch, damit ich das hinbekomme. Dann warten wir eben wieder. Okay, da kann ich auch so rüberspringen, da muss ich nicht grätschen. Ach, das gibt es doch nicht, wie hat er mich denn da getroffen, wird das schon? Ich weiß schon wieder, was ich aufscreen machen muss. Oh mein Gott, oh mein Gott, mach weiter, Crash. Ach, warum, warum hab ich nicht gegrätscht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo'd du mich galt? Hoops. 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 They're done. Okay. Nein, warum kann ich nicht ein bisschen warten? Ah! Alts, ufff, komm. Oh du dreckst Vieh Ach Crash was Ich glaube ich muss gleich mal ein bisschen in Pause machen Man merkt mir schon ein bisschen an Dass ich Ein bisschen Sentimental werde So Oh das gibt's nicht Als ob Da bin ich doch 100 pro durchgekommen Das ist so lächerlich Ja Jetzt Da Ich wollte dann nämlich noch schnell durchgrätschen Das hätte ich geschafft Ja kann ich schon knicken Und da muss ich schnell nach oben springen Ich will gar nicht wissen was hier Platin ist Jetzt Das sieht gut aus Nicht perfekt Aber ist so nah Oh das gibt es nicht Das hätte ich geschafft Lass mich in Ruhe Hier warten wir ein bisschen wieder Und jetzt Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Ja komm her komm her Verdammt Ich hätte springen müssen Man ist immer so in seinem Speedrun Da vergisst man immer Anzuhalten Wir warten Wir warten Wir warten Jetzt Boah das gibt es nicht Eigentlich muss ich es da durchschaffen Weil sonst brauche ich gar nicht weitermachen eigentlich Ja So Warten wir wieder Jetzt Wir warten Geh auf! Hier brauche ich unbedingt die Maske. Die Entwickler sind auch relativ geizig mit den Masken gewesen. Oh mein Gott, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, komm her, komm her, komm her, Dankeschön, ups und ups, oh mein Gott. Zack, 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 hoch da, Wiedersehen, oh mein Gott, auf da, oh mein Gott, nein, das habe ich nicht gesehen. Ich will nicht wissen, wie oft ich jetzt schon gestorben bin, bestimmt über tausend Mal, also im gesamten Spielverlauf, auch offscreen. Nein, den hätte ich nehmen müssen. Das ist so ärgerlich, du musst genau durchlaufen und genau das perfekte Timing abpassen. Und du kannst ja nicht beeinflussen, wie die NPCs laufen. Und auch, wie der Spielmechanismus ist, kannst du ja nicht beeinflussen. Oh, das gibt es doch nicht, ich hasse diese Viecher. Mein Gott. Oh, das ist so, ich weiß. Toll, das hätte ich geschafft. Das ist doch jedes Mal anders, das ist so nervig. Komm. Ups. Oh nein, was mache ich denn da? Das war mein Fehler. Ja, da bleibt er wieder an der Ecke, ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Dankeschön. Komm her, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Zieh durch, zieh durch, verschwindet. Oh Gott. Nein, was machst du im Bauchklatsch? Lauf doch durch. Oh mein Gott. Hüah. Oh mein Gott. Ups. Hätte ich aber schaffen können. Hätte ich aber schaffen können. Weil es wirklich ein guter Run war eben. Für mindestens eine Zeit lang. Oh, also Hut ab an alle Speedrunner. Bereit ja nur Kopfschmerzen. Nee. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin nicht gut, Hibix. Na komm, gib Gas! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auf Wiedersehen. Nein. Das ist dann doch ein bisschen zu weit. Warum grätschst du denn nicht du? Ja, war ja klar. Gute Brüder. Komm hoch, komm hoch. Dankeschön. Oh mein Gott. Obwohl ich könnte es trotzdem... Ich mache weiter. Vielleicht kriegen wir es ja noch irgendwie hin. Bezweifel ist es wahr, genau. Für jeden Tod einen Euro, da wäre ich schon reich. Gut. Aber habe ich es wieder nicht hinbekommen. Letzten zwei, drei Mal hatte ich es doch... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm, 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 komm. Dankeschön. 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 Komm her, komm her. EG ist viel. Ups. Oh ja. Das ist nicht... Dafür brauche ich unbedingt die Maske. Weil da will ich einfach durch. Da will ich einfach durch bei diesen Magma-Demomen. Gute Brüder. Okay. Boah, du Drecksvieh. Wiedersehen. 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 Das hätte ich geschafft. Das hätte ich geschafft. Ah, verdammt. Da einfach rüberspringen. Da kommen zwei Versuche, machen wir noch. Und dann ist der Part noch schon wieder um. Dann habt ihr mich genug leiden sehen. Ein Versuch noch. Das hätte ich geschafft. Oh mein Gott. Oh, du Scheiße. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo unter den Kommentaren lassen. Ich werde mich diesem blöden Dreckslevel offscreen mitten. Bis dann.